um hey Leute, willkommen zu einer neuen Runde Geschraubt und diesmal mit neun Kandidaten und jetzt öffne ich mal den Teleportraum damit die hier mal alle hoch können oh jetzt kommen sie alle hier angedackelt ist noch irgendeine unten? nein ok, dann sind alle oben ähm, mitspielen tun äh, Lustiko mit der Farbe äh, weiß, ne? blau blau, ok blulett, rot der Typ da grün und ja, und Mr. Sascha LP weiß, genau soll ich nochmal erklären, wie das funktioniert, oder? ja, ein kurzes der Jungser Klopapier auch aufnimmt genau genau voll von der Rolle, der Typ ich brauche Erklärung, LP meiner ja, genau so, in dieser Kiste liegen drei Items ich kann sie auch schon mal vorstellen jetzt hat ja jeder dann die gleiche äh, die gleiche Chance und zwar ist es ein Liquid Transposer eine Sterling Engine und fünf Tanks von Big Craft ja, damit müsst ihr ein kleines System aufbauen was dann automatisch funktioniert und was dann auch von Ed Crafter und mir und vielleicht auch auch von Phil oder Alina vielleicht so viel bewertet wird ich bewerte eh immer schlecht alles schlecht, überhaupt das von Gaylord naja, ich meine Bewertung gibt's bei mir keine so, Blulett musste dieses Mal noch einmal antreten er hatte letztes Jahr, letztes Mal er gewonnen letztes Jahr letztes Jahr, als er noch jung war, hat er gewonnen genau und noch jung und knackig war, jetzt ist er alter und runzlig so, und ich hab jetzt aufgepasst die Ölfen dürften jetzt nicht mehr explodieren Explosion, Explosion wenn doch, dann wird er schnell wieder repariert eigentlich nicht so, wenn ich sagen, ich drück den Startknopf, oder? Take easy ok, und hat jemand einen Timer gestellt? los so, ja, mein Timer läuft jetzt ich hab ne SMS gucken, was die alles zur Verfügung haben hier ja, genau ja, die Items sind eigentlich gleich geblieben die hab ich nicht geändert ach, du guck ich ne mein Items Brot Redstone wir hatten eine Diamantenader ja, die hatte ich ein Bastek Diamanten, das wär gut ah, weißes Klopapier ich kann mein Klo bauen das ist mir ein Skin, ey Klopapier, ich muss meinen Arsch abwischen wo bist du? komm mal wo ist er denn? wo ist er denn? ich kack dir auf den ich will euch einfach im Forum bewerben beziehungsweise was anmelden mehr ist es ja nicht unser Typ da startet schon oder auch nicht und ich hab jetzt fast überhört, dass sie überhaupt aufnimmt ja, wie lang dauert das noch wie lang dauert das noch wie lang dauert das noch wenn mein Peek was gekauft ist ich so, hä? da wird schon richtig massakiert hier oder auch nicht die wird schon massakiert ich will gleich massakiert Klopapier ist ja hier, um das Blut aufzuwischen ja, ich voll von der Rolle, ey ich bin ne neue, ich komm jetzt öfter ja genau öfters mal das Klo zum Games von der Rolle was ist denn das für eine Baustelle? voll von der Rolle ah, hier wird schon richtig was aufgebaut BluLit hat schon gestartet hier super BluLit, ja ja, mit der SocialLP auch schon BluLit hat, ja eine Hohlbirne ausgehüllt eigentlich wollte ich ja wieder ein Schmink-Tutorial machen aber ich wurde überlebt, mich da auch zu filmen und von daher ja, ich will ja kein Spiel sehen, das muss ich auch verstehen ja, stimmt wer will das schon? er will schon Klopapier sehen, was geschminkt ist ich hab ganz neue, ich hab ganz neue Produkte ja, was ich mir eigentlich frage schön, dass du Klopapier bist, aber weich, hart dreilagig, zweilagig, vierlagig nix, nein, nein, nein kennst du, kennst du 40er Schleifpapier? wow, ich bevorzuge meistens 20 so richtig rau, das kratzt so richtig ok, das sieht ja schon relativ gut hier aus was der macht, weiß noch kein Mensch, aber er macht was ja, es läuft halt schon und äh ne, du kannst dir mal Zeit lassen, BluLit, ne sollte auch schon ein bisschen komplexer sein, als nur so drei Items in der Klatsch fertig was da so, wollen wir mal bei unserem Mr. Sasha LP gucken was der so macht der ist voll von der Halle, ey ja er craftet zuerst ein Diamant-Spitzhacker, das wär echt so lustig ich glaub bei den anderen steht hier auch also ich war mit dem Diamant-Rill ja er macht sich geil mit Rille, wofür auch immer er für was, würd ich auch grad sagen ich bitte aufpassen das sind die ganzen Diamanten-Geier du hast, du hast nur gewisse Zeit, ne und die Anlage soll komplex sein 46 diesmal BluLit, lass die lass die Kisten in Ruhe, BluLit BluLit, lass die Kisten in Ruhe lass mich in Ruhe nein doch BluLit muss seine Posten verteidigen dein Wander-Pokal sozusagen Wander-Pokal ich, ich stell den zur Verfügung oh ja frisch, frisch gebrannte Keramik aus Klopapier mit Klopapier einfach wahnsinniger Schleifpapier aber das sieht ja schon lustig aus was macht der Typ da denn? ja das müsste ich auch mal gucken typisieren wofür hat er denn schon die ganzen Diamant-Nachse oder? oh weh abgebaut mhm schlinken ein bisschen Lab ist vielleicht braucht der Kopf ihr könnt ja auch mal neue Ideen zum, ähm mit welchen Items die bauen sollten in die Kommentare schreiben vielleicht pick ich mir dann mal so ein paar raus umso schwerer umso besser gucken wie ich nächstes Mal mal so nehmen unschaffbare Sachen am besten ich hab da so ne kleine Idee was ich nächstes Mal für Leute nehme aber wir wollten bis jetzt noch nicht oder würde ich mich aufholen hätte es gerne natürlich haben die Leute auch unendlich Wasser, Lava, Öl genau, und Strom und Items erstmal gehen auch keine Ofen kaputt gell L.P meine? ich frag mich ob der Timer mitläuft ich frag mich ob der Timer mitläuft wie ist der mehr kann wenn er schreibt also über 20 Minuten müsste er was schreiben ja der Typ da steht nur da hier gehts los Mr. Sasha L.P guckt bisschen in die Luft Hans guck in die Luft Holraumsaußen Holraumsaußen wird da jetzt noch mehr Bluelad oder bleibt das so? ja wieso ich hab alle Sachen aufgestellt ha 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 ich hab aber noch nicht so viele Punkte äh 3 ne es gibt keine Scene dazu aber trotzdem wird er 3 Punkte kriegen Naila hatte letztes Mal auch nur einen Apple hingestellt und dann sogar ein Punkt ne er hatte ja schon ein bisschen die Erde und eine Brüche und wir wollten ja nicht ganz auf die Welt sein ich hab keine Lust nochmal das ist alles hier gewollt ja alles wird jetzt auch da ja die extra verlieren geht gar nicht da mach ich dann was gegen extra verlieren geht gar nicht man muss auch einen Titel verteidigen die Sterling End für den Hopper rauf echt? ja muss befüllt werden die Sterling End steht aber falsch ja die wird von oben befüllt ja auch so es läuft genau mitgeben ne Tarek ok also ja für Lava wahrscheinlich jetzt mal Magma Crusable das geht aber auch mit Cavalstone ne? aber Lava ist hier vorhand ganz schön viele items die schon weggenommen wurden ja aber dafür dass so wenig steht ja aber das ist die Geier ja das sind dann die Leute die sich 17 Diamond Drills machen genau und 15 Lap Packs damit er ja genug schlummert auch die jemand ein paar Diamant Pickaxe ich wollte grad fahren wollen ja ich geh gleich 4-5 Stück du leid ich nehme eine hast du eine für mich? ich hab eine ich hab auch eine du gib mir auch eine alter ja diamond pickaxe hey come in the club so nur dass ihr bescheid wisst ich geh mal meinen tschüss 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 hau uuuhh wir werden dich nicht vermissen tschüss und schreien so ich gehe meinen ich habe schon Erde gefunden kann ich mir einen Krabby bauen? da ist das Ende ich habe das Ende der Welt gefunden ein Schaf schau zu was ist wenn du Schaf das Ende der Welt sieht Schaf willst du das Ende der Welt sehen? es ist freiwillig geimpft freiwillig das war alles freiwillig ich habe alles auf Video du hast nichts getan ne ich habe nur einen Block unten weggemacht das runtergepft bei dem Typ da läuft schon die Engine ja und? Energie aufbrauche ich doch Energie aufbauen mit Chouren der ist hier nicht aha hier ist das für eine Wasser drin alles für den Müll aha aha er macht hier so schön und so alles so Mr. Sascha Elfie ist erstmal hier alles so schön und so ach so Boden und so mit Teppich und so ja er baut ne Toilette ich sag's ne ne das ist das ist Klopapier mit Brökel aha aha oder ein riesenbett so ein französisches Bett Bett wird das so ein Himmelbett genau da oben der Dings wer ist denn das? der Himmel halt ne? ja so Lustiko hat hier schon so Lustiko ja der musste notgedrungen mitmachen notgedrungen notgedrungen hier ist da fehlt der ja ne dir fehlt der du hast ihn falsch konfiguriert water water habt ihr alle überhaupt ne Idee oder macht ihr irgendwas? ich hab nie doch noch irgendwas ich glaub der muss alles für irgendwas also äh ich bin der Meinung dass der Sascha Elfie hat definitiv ne Idee nachdem wie das aussieht hier ja das Himmelbett hier da mit Nachtkastchen ne er schaltet hier erstmal alle Lampen aus ne das wird ein Wasserbett ach so ja Wasserbett gefedert unten mit Wolle schön gepolstert ein vollvibriertes 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 erdbeben erdbebensicher ist das erdbebensicher ist das oder es wird noch ein Haus oh hier blulet macht hier schon ey ich sag nicht ein blulet wo ist blulet blulet rot ach so rot passend zum Namen oh da wird hier Lava wahrscheinlich ey nicht so viel verragen wollte er nicht ja ich hab mir doch egal diese 20 Minuten es hat gefunktioniert 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 hat gefunktioniert hat alles gefunktioniert hier ok als das gekommen ist war es für mich 1958 also ich wundere mich warum hier gar keine Kisletten unterwegs sind weil die Monster aus sind ja das ist doch entermänner ach ne er baut hier seine Maschinen so und so ok in so ein Haus 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 oder oder so oder so oh hier kloppt einer auf seiner Tastatur rum hehehe fucking Tastatur das das Klopapier war ein bisschen zu heftig hehehe boah boah der Typ da das hat ihm die Wege getan beim abwischen boom darf man sich eigentlich äh äh favorisieren für irgendjemanden na klar ne unabhängig muss sein ja wenn er mitbewertet muss er unabhängig sein ähm ich lass einfach über einen Patzen drauf fliegen dann passt das schon na einmal so ne Nuke über den Favoriten darf man ja trotzdem haben so halt aber nicht beim bewerten bis sich selbst was ist denn hier drin los ah nur Diamanten wieder nur Diamanten äh der Typ da baut ne Crafting Table ne Crafting Table und Crafting Table das ist gut äh da baut halt besser was ist hier drin los okay ist alles so wegen dem Style ach so stylisch okay 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 ja aha hier fangen die Leute so an und geben Gas ne Sascha ich denke mal bei dir wird die Zeit knapp werden ist hier irgendwo Sand oder Glas? wie in der Küste? äh nein Sand und Glas Cobblestone vielleicht Sascha lässt sich nicht aus der Ruhe bringen ja ne aber ich meine die Zeit wird halt hier unser unser Bluelette der haut ordentlich rein hier wenn du Sand und Glas haben willst dann musst du so Skobblestone machen willst du auch ein Pasta-Hex hier Phil? ja bitte ja kannst auch ordentlich reinhauen hau rein Phil hast du hier schon fertig bei Rot oder? äh ne ja ich kann reinhauen in Nylord reinhauen man kann's ja immer noch wieder verschönern ne? hier hier ich bau dich mit einer Pickaxe ab der Team da macht gar nix mehr wir bloß weg da 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 ziel ich's nicht so ein genau da hast du schon mal mein Haus gesehen auf dem Server? doch der Typ da macht irgendwas zum crafting tun lass mich in Frieden Hilfe Mami ey du schießt einfach aus dem Luftkühl scheiße oh hier bei Plulet bei Plulet geh ich nicht hin hier riecht's nach Puller ey also ich hab ich hab so ne Idee aber die hat's kleiner gebaut ach der Nylord ja unser Nylord ist der Beste du weißt ich ich hatte den Telefotraum extra für ihn geschlossen kannst du aufbauen unser Nylord für vieles zu haben um nicht zu gebrauen genau ha 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 nur geil die ganze Zeit ich wollte ihm vorhin ne Frage stellen die er nur mit Ja oder Nein beantworten hat aber er wollte aber nicht ja oder nein dann mach's doch jetzt ja ich will ihn ja nicht öffentlich bloß stellen ah nee du doch nicht ich mag ihn ja schon ein bisschen das ist einfach knallt ja so ein bisschen das ist aber nett so mit Händchen halten und so oder wie bei Sascha das sieht doch aus wie eine überdimensionale Grundbildung ne ja das sieht irgendwie so aus wie so ein Sessel wo die reinsetzen kann sein ja vielleicht ist es ja auch gewollt ja sicher ist es gewollt sonst will das nicht machen genau er fällt da ganz halt runter Batsch spannend was das wird ja mach schon 15 Minuten noch Gugu ach du Kacke ja ob es lohnt eine Zeit ein kleines Gebäude reinzustecken ihr habt nur 15 Minuten und 40 Sekunden wer sagt das das heißt die Hälfte ist um hab ich den Last End Last Death Point ja den hatte ich vorhin auch mal nein ey was soll der Dreck ich glaub nicht dass du noch rauskommst oder kommst du noch rauskommst oder kommst du noch rauskommst du noch nicht zuhören Nö vor allem nicht abbauen das soll doch oben stecken bleiben das soll doch oben stecken bleiben das ist doch eine Aufmerksamkeit Nylord na das wird nicht funktionieren mit der Wasserpalpe nicht so ganz da muss er anders konfigurieren bin ich überhaupt gestorben unten was wird das hier da muss werden dann eine Wundpalpe hinbauen sonst wird das nicht funktionieren doch bei der Malik Spanzen schon oder? echt? achso ok jetzt mach das ich bin automatisch bei der Mal ja passt schon ich hätte ihn nur falsch konfiguriert mh das kann sein ja aha aha ob ich mich davon oben festhängen lasse wo ist denn das Rad jetzt? keine Ahnung ah nein Lord ja ich wollte da wieder raus was liegt das daneben du aha ich nehm ein kleines Bar bei West Blau selber auch Blau nochmal? ja ah bei Lustigo ich nehm ein kleines Bad bei Lustigo mit deinem Klopapier ich hätte mich auch mit rein nein das weicht auf ich spiel Kameraden ich hab ein Brot in der Hand das soll nicht aufhören ich hab auch Brot in der Hand naaa mein armes Brot jetzt muss ich schon lang rennen dass es da drauf wird jetzt hab ich hier so ein jetzt hab ich ein Leib Brot in der Hand der Tröpfel ich renne schon herum damit er wieder eintrocknet ja gute Idee was macht ein Gummi beim Essen immer ernst wer hat die Ordnung gemacht? ey mein Brot wurde geklaut ich nicht wer hat die Ordnung? ich Fiesling ich nicht Fiesling ja manche haben ja auch Kaugummi das ist ja auch Gummi also Alter guck doch mal hier auf dem Schild steht Essen Gummi LP meiner Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen? Wolle Rose kaufen? Nee ich bin ich Wolle Rose kaufen ich du bekommst auch Rose gibst du mir Rose ich bekommst Wolle Rose Wolle Rose kaufen okay hier ey nix gebe her gibst du Wolle für die Klubberbier Rose hier Rose hier Klubberbier Martina kicken Gummi das ist ich Hör so was habe ich gemacht? was ist mit mir? was concentrated Strom an das wird noch los nicht bei dir Bei mir? ja mach das nicht was ist ich bin da unschuldig ja Klubberbier ist nicht wahr Alter wärs doch unsichtbar du, niemals ohne Gummi Alter 1 1 wer ist uns wer macht das nein das hätte ich niemals von dir gedacht nein Leute ich bin zutiefst erschüttert von dir ja ja du musst gebannt werden eine Sterling Angel mit Sturmanschluss nein PUM hat es gemacht ja das wusste ich weil ja konnte ich mir auch schon denken warum war ich unsichbar ich wollte es einfach nicht wahrhaben du hast es einfach übersehen du hast dir gedacht ich möchte das jetzt an MV anschließen komme was Rolle könnt ihr noch einen HV daran machen HV? Gerne Tasha was? es soll aber einen Sinn auch ergeben nicht mehr schön ausschauen oh er baut hier richtig die Maschine muss funktionieren auch noch das ist das Wichtigste für Schönheit gibt es wie viele Punkte? 2 2 ja kein Fenster das heißt geschraubt und nicht Fenster ja vielleicht sind die Fenster aber geschraubt hier Blueland hat geschraubt hier ja aber einfach so hinstellst da auch durchaus ja 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 also ich würde das noch ein bisschen verschönern 10 Minuten habt ihr noch ja lass mir Zeit lass mir Zeit aber muss man alle Tanks benutzen oder nein was macht der da wer da lustiges blau lustiggo macht ein vollautomatisiertes Wasserflicken ein Badezimmer ein das sieht cool aus das füllt einmal auf und füllt das automatische Deploy sehr interessant hier das ist noch immer unsichtbar geil Leute das ist noch immer unsichtbar ich bin hier im Wasser ich bin hier im Wasser nein der sitzt der sitzt hier im ich stehe nicht hier im Wasser ich sehn auch ich sehn auch wolle rosen kaufen für zwei 2 Stück 1 Euro 1 Stück 2 Euro ich verkauf auch Rosen so jetzt müsste gleich wieder eine Nachricht im Chat kommen bei mir billiger Preis 2 Stück 1 Euro 1 Stück 2 Euro ich hab die zu verschenken schenke die rote verschenken bei mir nichts kosten verschenken du Ausbeuter sein nein vor allem die Red Power ich muss nur irgendwie meine roten Rosen finanzieren siehst du? der Timer funktioniert schon wieder nicht schenke mal ins Wasser er hat ja auch LB-Miner gebaut oder so alter ja das ist doch das macht alles oder? tut eine gute Arbeit LB-Miner das ist unglaublich was du hier machst also Blulett baut jetzt auch ein Haus Wieso habe ich Rote Blolle? wenigstens habe ich diese Insel aufgebaut ja weiß ich nicht warum du Rote Blolle hast ja da musst du mal hier unseren äh a.k.a. Schwäfti Fragen was sagt Klausi Lausi? da oben ist er der a.k.a. Schwäfti wie immer nur ein Mist im Kopf du pass auf du Klopapier du funkst schon nix mache ich da raus ich Rote ja 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 blulett einfach nachbauen kein Schwarz mag hier betreiben nicht in die Falle der Fettigke nie überhaupt nicht nachher nachher in der Nähe wo auch von welchen dann hat er auch recht erhältlich Blut und mann gut und sie ist doch gar kein Fenster denn kein zweiter und nicht nicht das aber die ganze Zeit sachen da guck mal, da oben, da oben ist er oder, äh, äh, P-Meiner, Schau Klausi! Hau ab, Klausi! Klausiii! Falls euch das hier gefällt, bisschen Blödsinn machen, Blödsinn reden, Blödsinn bauen. Blödsinn zitiert's mit. Da kommen wir her und fahrt auf Blödsinn. Ja, kommt her, schaut im Foto vorbei. Pfützt mal das Klopapier an. Genau. Schaut mal bei Klopapier vorbei und pfützt das mal an. Ganz weich, weich und soft. Mal anstupsen, von hinten. Ich dachte so 40er ab. Ja ist ja sanft, je nachdem wie rau dein Arsch ist. Ja. Wenn du schon 10 cm im Wetter... Wenn du schon Hornhaut hast, dann wird das ziemlich gut sein. Okay, der Typ da hat die ersten Jetpick oder so gekräftet. Okay. Warum das? Sieben Minuten noch, ne? Der Typ da hat hier... Die Lava steht schon an, mal. Sieben Minuten noch. Unser Lustiko ist noch immer am Porn. Was? Zum Schluss, wenn die Zeitung ist, müssen dann alle, also das was sie gebaut haben, beschreiben auch noch. Ja klar. Und nicht vergessen, Dokumentation führen. Bei Sascha könnte das knapp werden. Ja Sascha hat voll den Durchblick hier. Wollen wir mal gucken. Ja sag ich auch nichts dazu. Hahahaha. Hahahaha. Bienenhaus. Ich würde mal sagen, wie das sie bucht. Hahahaha. Ey, ich geh nicht aus. Also da geh ich nicht freiwillig rein. Da geh, hier, da gehst du aber ganz schön, äh... Stiche. Und jetzt, wie wollen wir noch Bienen rein? Das könnte ein bisschen biegsen. Hahahaha. Also wer Nylord freiwillig besuchen möchte, ihr seht's ja hier selbst, äh... Viel Spaß. Ach, Nylord Blu-Led. Nylord Blu-Led. Ach, ist alles dasselbe. Hahahaha. Alles dasselbe Volk. Ich weiß nicht wie ich das mache. Nylord Blu-Led. Alles voller Bienen. Bit. Globapier, Edcrafter, Möd. Alles dasselbe. Möd. 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 Na nur weil ihr euch nicht auskennt mitten hier. Weil ich der einzigegeben Experte bin, der ein Bienenhaus baut. Ja. Aber irgendwie hat das was. Bei mir sieht das voll geil aus. Ja. Das Problem ist nur, äh, auf nem richtigen selber, ja. Wird das nicht klappen. Ja, äh, da liegen Sachen drin, ich nehm sie mir und ich bau was. Wenn die Punkte nicht wären, dann... Ich bin sehr stolz auf dich, dafür bekommst du eine Rose. Ja, könnte. Also wenn das Haus fertig ist, wird das das Thumbnail fürs Video. Nee. Aha, okay. Thumbnail. 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 Nein, er kann auch keine Thumbnails. Nein, ich bin nämlich ein, äh, ich bin nämlich der ganz Neue. Der ganz Neue, der von hinten kommt. Ich bin der ganz Neue und ich komm jetzt eventuell öfter, das liegt, äh, an euch. Okay, kann man jetzt frei verstehen. Okay, ich schalte was hin. Weil, wenn ihr... Ich kann mir vorstellen, ihr macht Werbung für heute Abend. Wenn ihr lieb seid. Was für heute Abend? Ah, heute Abend, weiß ich nicht. Fußball. Hier haben wir, glaube ich, einen Dortmund-Fan, so wie das aussieht. Ey. Werbung, bitte. Fußball. Fußball. Klub. Jetzt kommt ein D hin. Dortmund. Fußballklub Dortmund. Ja, hier ist ein absoluter Dortmund-Fan. Ja, der lieber... Zwar keiner, aber... Nee, ein E-Fan. Hier, damit ihr das alle wisst, der Typ da, wie ich ihn hier euch zeige, ist Dortmund-Fan. Fußballklub Dortmund. Sascha, ich würd mich mal beeilen. Das lag, das lag, das lag, das lag. Geil, geil. Hm, ich weiß grad nicht so, was ich war. Also, wenn ihr auch Dortmund-Fan seid, kommt bei uns vorbei und sprecht mit der Typ da. Wenn ihr nicht seid, kommt vorbei und schlag den. Wenn ihr Bayern-Fan seid, dann... Tretet. Kommt auch vorbei. Haupttuch ein B, ne? Für Dortmund. Wir haben ja auch hier, wir haben ja auch hier die zwei Schluchtenscheißer. Haupttuch FC Bayern und Sachs Dortmund. Ja, da ist ein Schluchtenscheißer hier, da. Ey, da fehlt ein Lampe. Das gehört viel, das ist nicht FC Dortmund. Ja, der hat das jetzt nur schnell geändert. Eben war das Fußballklub Dortmund. Ja, ja. Das ist halt Fußballklub Bayern. Ein K, könnte man draus machen. Kann ich mir ein Leipzig geben? Ne. Ich kann dir Rose geben. Rose. Fußballklub Kacke. Aber ich geb dir was schon, ich geb dir gerne gute... Hänge. Gute K... Gleich baue ich hier das Wind-Ding ab, da bin ich jetzt schon zweimal dann hängen geblieben. Ich geb dir die gute Kvalidierte. Gute Diamanten. Also das versteh ich hier nicht. Der Blau. Mist. Riesenblau. Keine Ahnung, das ist vieler Belästigung. Was? Da, jetzt ist ja auch noch was. Nein, das ist ja auch nicht falsch. Alles ist seine Schuld. Ihr Wadda, der möchte Wadda. Wadda, Wadda geht den Wadda. Und Wadda geht den Wadda. Und Wadda geht den Wadda. Guckuck. Da fehlt aber noch Item, ne? Also Wadda. Guckuck. Drei Rosen. Warum hab ich jetzt drei Rosen? Hier, Blulett. Du hast ein Loch im Fenster. Genau. Das ist ja unglaublich. Ja, das machst du geheil hier, ne? Ich? Das machst du wieder heil, ja. Das ist so unglaublich, was ich hier alles... Ey. Ich hab's auf Video. Wer's gemacht... Da, haupt mich, der läuft direkt da hinten. Ich hab schon wieder repariert. Da ist es. Ich töte dich, ich töte dich. Ich töte mich selbst. Du hast es auf Video. Ey. Ich hab's genau auf Video. Ja, das sieht auch noch schön aus hier bei unserem Blulett. Der Kürbiskopf. Hau ab. Kürbiskopf. Alter. Was hat da bei uns rausgeschnitten? So, der Mr. Sascha LP, der baut nur hier schon. Der Mr. Sascha LP? Der Mr. Sascha LP? So, das falls gut denn noch. Blulett 2.0. Zwei Minuten. Läuft. Zwei. 1.59. 1.58. 2.1. Risiko. Bitte. Bitte. Ich hätte auch mal gern so viel Geld. Wie viel, wie wer? Darkobert. Achso, das ist Darkobert. Nein, ich hab Darkobert gesagt. Nicht Darkobert. Ich meine der mit dem Geld, das ist Darkobert. Weiß ich das? Das ist Darkobert. Ja, das ist Darkobert. Das heißt alles das gleiche, ey. Nee, das ist nicht Darkobert. Irgendeine, irgendeine Ente. Also Darkobert. Das ist Darkobert. Das ist Darkobert. Das ist ja dein normaler. Ich hab schon so viel mit dem, das ich gar nicht haben will. Genau. Das ist gar so mit dem Geld. Deswegen verschenke ich ihm alles. Gutes. Ah, hallo. Was gucke ich da überhaupt? Guten Tag! Ich weiß, was du gesucht hast, schau! Schenke ich dir! Hier, hallo, stopp, halt! Halt blöd! Wollen los kaufen! 2 Stück, 1 Euro, 1 Stück, 2 Euro! Halt! Wird so schlimm bleiben! Äh, 50 Sekunden! Sekunden? Voll die Sekunde! 14, 13, 12, 11,000 noch der95- 45.... Oooo Und jetzt ist's los, ja? Kennst du mal derzeit, oder was? Wollt ihr uns hetzen, oder was? Nee! Kommst du denn da drauf! Mach schneller, mach schneller, mach schneller Bist du jetzt bald fertig? Lustig Kurs, super tolle, nicht funktionierende Scheissen Maschine mit Schwimmbad Was? Loftig? Loftig Kurs? Loftig? Das war's neum. Warum funktioniert der wohl? Muss man hier an die Schildern hier. Lustige, supertolle, nicht funktionierende Scheißmusch. Ja, da bin ich dann eindeutig ist das mein Job. Achso, ja. 3, 2, 1, alle stehen und liegen lassen. Mit Schwimmbad. 10 Minuten. Was erzählst du denn hier? Nur 10 Minuten. Was redest du da? Unglaublich, ja. Stopp. Stopp, stopp. Hände hoch. Er wird Schwimmbad. So, jetzt gehen wir alle zu... Rot. Nein! Was? Wir müssen bei unseren Tick-Parteidiger anfangen. Was soll das? Aber ihr habt ja gesehen, es war alles Mod for all. Alles... So, jetzt... Als erstes würde ich grün sagen. Okay, dann grün. Na, guck mal hier. Da hat sich die Diamantlösung gemacht. Achtung, Achtung. Alle zu grün begeben. Nichts abfackeln. Mann, ich wollte so Eingang. Als Eingang so. So, das geht nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der Typ, der erklärt, was er gemacht hat. Die Pipe ist halt schon. Ja, mach ich andersrum, damit es passt. Also hier wird Lava rausgepumpt. Das geht in einen Liquid-Transposer. Das wird in Zellen verwandelt. Wird in die Kisse transportiert. Dann in den anderen Liquid-Transposer wird wieder in flüssige Lava transportiert. Und dann ist es Lava im Tank. Also Lava in Cans, von Cans wieder in Lava. Ja. Ja, das bringt's. Mhm, mhm, mhm. Ja, doch. Ja, Cine hat's kennen, aber funktioniert und... Naja, alte Sachen sind benutzt, ne? Das nennt man Rohstoffverbrauch. Das nennt man Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Genau. So, damit ich mal zur Bewertung komme. Hast du die Liste? Ich muss weg. Funktionieren der Maschine eigentlich? Wie sieht sie aus? Naja. Äh... Also 2 Punkte ist das Höchstgebot. Äh... 0,5. Ja, ja, 0,5. Würde ich auch sagen. 0,55. Mann, jetzt hört auf. Ähm... 1 plus 0,5. So, dann aufwändig oder leicht gebaut. Da gibt's 2 Punkte höchstens. 0. Leicht. 1. 1. 1. 1. Und, Items? Wurden alle verbindet? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und... sogar mehrmals. Ja, 3 Punkte. ich will sie haben, ich will sie haben ich will sie haben so von dir ist schwer oh hat auch damit so der Typ da hat die Diamantrüstung und alles ne? der Typ da hat 5,5 Punkte 5,5 Punkte dann gehen wir jetzt zu Blau Fußballclub Dortmund Blau Möchen das das die Lustikos supertolle nicht funktionierende Scheißmaschine mit Schwimmbad hey alle rein hier alle Schwimmbad ja Planschen alle rein hier hey Planschen also Neutlas doch los fangen wir an Theoretisch 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 wollte ich Wasserkerns erstellen und da ich gedacht hab das einfach von dem Wassertank zu nehmen langweilig ist wollte ich eben durch Deployer Technik das ganze Ding den Tank übernehmen was keine Ahnung wieso nicht funktioniert hat mit Liquid Ducks dann an den Liquid Transposer der von der Sterling Angel mit Holz angetrieben wird und dann theoretisch abtransportiert werden sollte was aber auch nicht funktioniert von daher also also ich sag mal in der Theorie hat es funktioniert aber praktisch ist es nicht ja weißt du warum es nicht funktioniert weil du hier hinten noch einen Filter brauchst der die Vollen rauszieht oder ein Retriever weil wenn du Vollen jetzt hier rausnimmst und drüben reinmachst wie haben sie denn jetzt schon Theoretisch ja Theoretisch ja ok so geht das auch nicht warum geht das mit dem Deployer nicht Lassen wir mal das hintere Stück hier weg und füllen jetzt mal in den Tankwasser so hab ich das jetzt verstanden ich übernehme das mal von dem 5 Minuten ja super 5 Minuten Jungs genau dann macht er hier die Käse 5 Minuten und sieht das hier raus jetzt immer oder ey wer hat denn da Wasser platziert ich nicht was macht die nur immer für Scheiße hier sind einfach die Kran ne 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 ich wollte das nur Chaos beseitigen hier ja und wie willst du das jetzt wieder zu machen so weit funktioniert es ja oder nicht geht nicht weil er einen Falschkauf gewählt hat wahrscheinlich ja braucht jemand einen Mantelm oder eine Diamantschesspleit ne jetzt funktioniert es ja ja jetzt funktioniert sie so dann können wir mal unsere Bewertung aufgeben und zwar die Funktion der Maschine 0,5 ich sag mal Theoretisch ja würde es funktionieren ja praktisch gut lustig würde ich eins sagen wir sehen ja eins eins ok weil hört jetzt auf damit so wie sieht sie aus ja mit dem schönen Häuschen herum ja aber wieviel ja aber hier fehlt ne Wand na zwei fehlt ne Wand dann würde ich sagen ja hier das kannst du so nicht sehen das ist moderne Bauweise ins offene gebaut ahja das ist ganz modern mit Panoramablick ne unser Lustigo macht sich schon vor der Bewertung aus dem Staub da oben ja ein Punkt ok ein Punkt fürs Aussehen dann aufwendig oder leicht gebaut ich würde sagen ziemlich aufwendig Entschuldigung das heißt wieviel Punkte vorher würde ich gehen weil die mit dem Deployer und so ist das schon einmal ganz was Neues allein die zu QFten ist ja extrem ok dann zwei und dann Items der hat er alle der hast du drei drei Mensch lustig o modernen Häuschen was hat denn der da überhaupt wenn heute ist nass lustig o hat schonmal sieben Punkte iha doch doch gelohnt das Häuschen trauschen zu waren dann gehts zu weiß und bis der Sascha Elphi du hättest bei uns stehen sollen wieso damit wir sicher gehen können dass du nicht weiter da bist ja ich denke das macht er aber nix ne hat er nicht ne das sieht doch so kacke aus wie vorher so erklär mal so Sascha erklär mal also hier ist Lava drin die geht da in den Liquid Transfurser der kommt bekommt Strom von der Sterling Engine und ja weiter und macht quasi nichts und macht hier Lava rein und theoretisch machst Lava Cams rein und dann wandern sie automatisch in die Kiste so irgendwie was ist da unten weil die Kiste wird angetrieben aha ok verstehe verstehe ich seh gar nichts also aha mhm ok aha die Kiste bekommt Energie damit sie ja in den Kreis dreht die Kiste bekommt Energie und bekommt auch wieder keine weil die Engine heiß gelaufen genau die Energie die explodiert die Engine explodiert gleich ne ja mach die mal weg also gut die Monster äh dann würd ich mal sagen zur Bewertung ähm funktioniert tut's ja 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 halbwegs warum halbwegs ja ok muss mit der Hand ja ok äh aussehen ja ich sag mal so er war der Erste der irgendwie mit einem Haus und so angefangen hat weil er nachher nachgebaut ja 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 2 ja ok ist das Erste mhm ja ne eigentlich nicht das Haus ist das Haus ist vielleicht aufwendig gewesen weil es ne halbe halbes Hälfte ist aber dann würd ich sagen von 2 Punkten 0,5 oder so ja 1 3 hoppolo und Items sind alle drin genau 1 4 3 6,5 so und jetzt zu Blueland mal gucken ob er sein ob er seinen Wanderpokal in Anführungszeichen behält oder klopp klopp oder rosa kaufen mit der Hose raus aus meinem Haus so erklär mal ich verschaffe mir mal einen kleinen Überblick von oben hör mir den Blumen auf genau Oven so erklär mal Blueland ja also ich hab nen Hopper das geht in der Magma Crucible und den Rest hab ich vergessen wie das aussieht ich bin ja oben ich bin ja 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 und da war nicht jemand in die Form gefordert hat was auch falsch ich bin ja ich bin ja also hier hab ich ein Hopper mit eh wer hat das hier abgebaut da stand nie was doch hier stand eine du hast es schon die ganze Zeit vergessen steht nur auf der anderen Seite hier stand da du wollt mich verarschen nicht doch naja hier einmal der Electric Engine gesponsert durch den freien Strom gesponsert ja gesponserte Electric Engine ja die treibt diese Magna Crucible an die gibt nun durch die Liquid Takt was in den Tank und über den Tank dieses flüssige Rätsel ne ja kommt aber nix ja das dauert ja das dauert ja das dauert dauert dann sammelt sich das hier hinten bis es voll ist und dann mach ich mir Energy Cell Frame oooh ganz anders ist du befühlst sie halt das Haus ist super schön aus werden die Bienen ich damit man da oben reingucken kann so jetzt kommt was schön aus Bienenhäusern und Glas da kommt Redstone und hier eine schöne Tümer Sascha auszusperren ach der Kloos mit Energy Cell Frames und Junge 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 wir haben ja natürlich jetzt Goldkabel weil das Kupferkabel das hatte vorher nicht ganz so gut gehalten ja 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 als ich gecrafted hab ist es mir aufgefallen ich hatte keine Lust das mit wegzureißen deswegen hab ich den Rest hingesetzt und den einmal explodieren lassen ja das ist auch ein guter Plan genau braucht nicht wegreißen ne funktioniert dann geht schneller gut dann gehen wir mal er hat sogar den Boden geändert ja ja schön Obsidian hier hat es mal lange gedauert er wollte vorher Sascha LB nachbauen ja hat er ja ja toll ich hab zu Sascha rübergeguckt ja und das ist trotzdem Nachbar ist egal jetzt bewerten wir mal den Kakter so äh 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 naaa der Typ da bleibt mal stehen so was haben wir als erster also ich hab jetzt Funktion schon mal einen Punkt weil das ja funktioniert genau äh aussehen 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 volle Punkte naja ah ne würde ich nicht geben ich würde 1,5 weil es einfach ist ja genau ja dann 1,5 ja ok 1,5 hey so aufwendig oder leicht boah theoretisch mittelmäßig theoretisch also theoretisch würde ich sagen also theoretisch würde ich sagen so und praktisch so und also ich hab jetzt äh aufwendig oder leicht 1 Punkt von 2 ja mittel ja und dann Items sind auch alle 3 drin genau ja 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 nachher das mal ein Sascha so 6,5 Punkte jetzt sind wieder die 2 Streithen hier und damit steht der Sieger fest und das ist die da 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 das ist die blaue Plattform mit der ja supertollen nicht funktionierenden scheiß Muschiche mit Schwimmbad genau mit Schwimmbad also Lustigo hat gewonnen oh hier brennt es eigentlich ja ja Lustigo das ist natürlich das heißt du musst dann zunächst mal wieder dabei sein weil das ist ja das schon belegt genau weil du musst ja deinen Titel verteidigen vielleicht baust du dann eine äh Moment eine lustige supertolle vielleicht funktionieren ne gute Maschine mit Hilfe ich bin untergefallen oder ohne mit Laderbart verheizt hier und da seht ihr mal wer wieder hier der Krawall Bruder ist das wird jetzt alles angesündet ja wer wohl der Dieb da 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 läuft ein ne 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 wo ist der Lustigo jetzt der Lustigo der läuft bisschen unter der Erde von mir ah ja ich kann fliegen wird wärmer der LP-Miner der macht hier Attacke so dann würde ich sagen ähm wenn ihr mitmachen wollt dann bewertet dann meldet euch einfach mal im Forum an und geht auf den Bereich geschraubt im Minecraft-Bereich und da kommt einfach Wer hat denn das da gemacht hat? Da liegen jetzt ganz viele Items rum doch kack egal Wer hat denn die Kisten zerstört? Boah Alter 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 die FPS Nö Alter Also ich kann da noch normal 30 FPS 6 FPS Mann Boah Ich geh da nicht ich bleib auf dem Brindle House stehen hier 10 Mit den 1000 Millionen Hühnern Ok wieder flüssig Ja ich hab die alle weggemacht Tierquäler 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 Alter Ich hab die Items alle weggemacht hm Jo Bis zum nächsten Mal Leute Jaaaa Pilzkür Also Oh Pilzkür Hier gehts natürlich sehr koordiniert ab wie ihr seht sehr Jaa Es ist immer so Ach so muss das sein Genau Was steht an der ersten Stelle So Dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal Leute Ich hoffe es hat euch gefallen Mehr folgen Abonnieren Kommentieren Like Und Ciao 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 Ne warte noch Nein Jaaaa Ich hab geschaut Noch auf dem letzten Knall So jetzt Jetzt ist Ruhe Jetzt steht alles Also Ciao Bye Bis zum nächsten Mal